um hallo leute wir sind jetzt hier in der b wie man sieht also es ist ja so wie man sieht hier so eine arena ist jetzt keine strecke wieder abgefahren wird und auch diesmal bin ich wieder dabei genau sollte der brottsmann ja losgehen dort können wir mal ihr vorhin sagt uns penis prickel man sieht man diesmal ist kein normales derby sondern es ist der match das heißt wir spielen in zwei teams team der fahrt wiii cool aber doch in jetzt ist ja kompliziert das habe ich noch nie gemacht was bin ich denn blau oder bin in blau nein ich bin rot das heißt wir crashen uns jetzt gegenseitig also man sollte eigentlich nicht mit der vorderseite raf warum habe ich den wagen hier warte ich bin ich bin rot genau ach Gott ist das kompliziert also alles blau ist böse das war schon mal so man sieht aber nur die gegnerischen kann es sein nee also ich sehe hier nur ah nee jetzt da ist da ist Sebastian ist blau kennt man ja boom und schön hinten rein aber ich damit mache ich mich voll selber kaputt ach egal ich kann ja respawn aua ouch ich habe gehört ich kann respawn oh da hat es mich aber gedreht oh nein das sieht gar nicht gut aus ich habe schon mein eigenes rad verloren und den haben wir geteckt und zusammen oh das war der eigene das war schlecht da 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 das nitro fehlt ein bisschen oh ouch das ist nur noch chaos auf ja und da fährt er gleich noch mal rein jawoll und äh ich schwirren im tiefes selten nicht und ich war jetzt hier die bande hoch nee hoch und schwung und das soll ich sie mal bei der nase nein jetzt habe ich mich selber geweckt das scheiße ähm du hast dich selber gerägt ja ich war in den rein und geht rauf das ist nervig ich habe einfach die falsche Karin da geht auf einmal das Feuer aus oh da sind zwei schöne reingefahren komm 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 oh der Captain Trust ja da denk ich jetzt jetzt habe ich dich gesehen du ey komml weg da schau mal oben das wäre gerade für doch verdammt ach du scheiße nein ey man kann da raus fahren theoretisch vielleicht nein dann haut er wieder ab da mein Team ist echt schlecht doch doch komm komm rein ach nee das ist ja mein hä echt ich fahre in die roten rein das ist einfach so wow du siehst lustig aus au hehehe nein 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 du kannst resten was soll denn der Blödsinn hier gleich mal respawn und weiter gehen boah ich rutsche ich rutsche die ganze Zeit wir spielen einfach im Team und wir nicht wir spielen nur gegen unser Team also wir sind alle gegen uns oh ich lieg auf der ha 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 da hat mich einer auf der Motorhaube ha 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 ich glaub ich ich glaub ich what hä und der Grommel liegt auf dem Dach einfach mal rein fahren das hat mich wie gebracht dann fahren wir halt nochmal rein hä ich lieg auch am besten da wo es raucht das sieht doch schon mal gut aus nein immer noch nicht na dann holen wir halt nochmal aus und geben Gas ach mal der geht und der ist kaputt ja wir haben aufgeholt und der ist kaputt aber was ist da hinten was ist da hinten wer liegt da wer liegt da wer liegt da wer liegt da oh meiner ok oh ich habe jliste jetzt hat er sich zurück gesetzt hä ey das war der eigene ist halt nicht hä der hat mir gar kein damage gemacht aua Der schon da bist du du mit deiner kleinen Karre Die soll gut sein. Die hat nämlich den Heckmotor. Da kann ich einfach nicht mal vorne drauf fahren. Aber dafür geht der auch recht schnell kaputt hinten. Oh, ich häng mir der Tür in dem drin. Takedown Assisten. Ich will mal einen eigenen Takedown. Oh, das war der eigene, sag mal. Nach der Runde ne... Maberig. Au, 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 jetzt noch... Mann, oh. Da ist einer DP, die Sprickel. Ja. Den hab ich schön aufs Dach gerichtet. Zweimal. Oh. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaub, mir fehlt... Ich glaub, mir fehlt... Irgendwas fehlt mir. Also auf jeden Fall... Oh, jetzt kann ich wieder fahren. Oh je... Fall in den eigenen Reinen. Oh, jetzt... Hat's mir aber das Rad eingedellt vorne. Jetzt mal einen... Trick, den ziemlich viele machen. Ich fahre einfach rückwärts, weil meine Vorderräder sind fast down. Okay, meine Hinterräder eigentlich auf. Critical Damage. Man! Nein! Da ist die Steuerung umgekehrt. Das ist ein Problem. Ah. Aua. Ey, dieser Penis... Ey, ich bin schon wieder kaputt gegangen. Sag mal. Also das ist hier echt einfach das größte Chaos. Und da vorne ist der Captain. Aber dann wird mir der Weg gesperrt. Aber dann wird mir der Weg gesperrt. Jetzt hab ich jemanden auf meiner Motorhaube. Oh, der schmeißt mich ja um. Ich drehe mich hier, fahr mal rum. Ey, dreh mich mal wieder. Ich lieg da in der Mitte auf so'n Stahldach. Ja, dann mach halt Reset. Ey, ist ja langweilig. Okay, ich komm. Äh, wo denn? Ah. Ach, da war schon jemand anderes, der... Jetzt hab ich dich auf der Motorhaube, ne? Ach, wie... Ich lieg immer drauf da. Ach, das ist... Jetzt geht's... Jetzt geht's wieder. Ich seh auch lustig aus. Aua. Ey, der hat sich an mir geweckt. Ich hab den Checkdown gekriegt. Ich seh echt lustig aus. Ach, Captain, jetzt weich doch nicht immer aus. Okay, der rutscht dann auch so. Hey! Ja, der Captain. Bah! Direkt an den Motorhaube fahren. Oh, fertig. Okay, ich glaube, es gibt nur diese... Map bis jetzt für Derby. Ich bin neunter geworden. Besser als du. Du bist 13. geworden. Ich bin neunter. Ich bin neunter. Und dann verabschieden wir uns auch mal. Ah, ja, da. Nicht 13. Das kann gar nicht sein. Doch. Und mit diesem schönen Ende verabschieden wir uns jetzt. Tschüss. Ja, 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 ja. Captain Trust is four came and that. Das muss man festhalten hier. Eben. Von mir aus. Gut, nächstes Video dann mal vom K-Man-Seb-PC wahrscheinlich.